Ja, herzlich willkommen bei uns auf SkylyFans & Co. Äh, wir spielen mal wieder Ratchet & Clank, die Trilogie, Teil 1. Ja, und Ratchet ist etwas kalt. Äh, Tinkerbell hat uns auf den Eisplaneten geführt. Da friert man so schnell. Das ist... naja, Kälte ist besser als Wärme. Das steht schon mal fest. Oh, oh, wir werden mal hier reingehen. Vielleicht haben wir uns, äh, mal umgucken. Bevor wir hier irgendwas vielleicht doch noch übersehen oder so. Das wollen wir ja nicht. So. Äh, ich will da rein. Ich will... Also. So, da ist nichts. Aber, ah, da, 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 da sind welche. Okay, ja, du willst auch was auf die Nuss. Ja, ich merke schon. Okay. So. Zufrieden? Sehr schön. So. Meine Bowls. Okay. Äh. Warum nimmst du nicht gleich alle mit? Tschö. Wird ja auch mal Zeit, dass ich den kriege, ne? Sehr später. Ich will den dann mal jetzt noch haben? Ja. Ach du meine Güte, nein. Kein Eis, bitte. Kein Eis. Kein Eis. Nein. Ich will kein Eis. Das. Oh. Oh. Oh Gott. Ja. Ich muss sogar nach oben. Ja. Wie denn? Ich kann den Umgang auswählen. Oh, ja, witzig. Wenn ich mal vorher sagen, hätten soll. Und tschüss. Okay. Dann fangen wir das von hier oben an. Vielleicht geht das dann besser. So. Okay. So. Ja. Aber erst, wenn ich Knöpfchen gedrückt habe. Tschüss. So. Zweite Knöpfchen. Und rüber. Rüber, 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 rüber. Und? Knöpfchen. Geschafft. Jawohl. Äh. Okay. So, warte mal. Hm. Nein, den Verspitter. Nein, den Verspitter. Äh. Nee, ich will. Warte mal. Nein, den will ich auch nicht haben. Ich will doch dieses Ding hier haben. Dieses, ähm. Wie heißt denn das? Ja, wir sind so gut gerettet. Habe ich das noch nicht? Haben wir das noch nicht? Ich bedaffe hier schon. Äh. Doch, das haben wir. Warte mal. Wir müssen ja erst mal nach oben. Hier unten ist ja nichts. Doch, hier unten ist was. Ja, aber ich will von oben anfangen. Ja, ich muss aber erst mal, äh, das Ding haben. Da ist es. Das will ich haben. So. Okay. Boah, ich mag das nicht auf Eis. So. Na. Ja. War ja klar, dass du dran vorbeirutschst. Wie immer. Na. Na. Na, 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 na. Ja, ich weiß, dass es da oben weitergeht. Aber ich will hier unten gucken. Ah, wusste ich es doch. Da unten müssen wir noch was. Na. Wo denn? Na. Komm so. Sehr schön. So. Jetzt ist nur noch oben. Ja. Okay. Okay. So. Ah, das ist ja wieder. Ja. Okay. So. Oh, wie fies ist das denn? Oh, na, muss ich ja. Oh, nein. Für den Schwung. Oh, das ist doch. Das ist doch nicht normal hier. Wie gemein ist das? So. 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 Jetzt habe ich es. Entschuldigung, wenn es so ein bisschen laut war. So. Bitte, wer sagt es denn? Ich habe es geschafft. Ach du, meine Güte. Ach du, meine Güte. Das kriege ich doch nie hin. Oh, verdammt. Oh, ich habe es auch hingekriegt. Äh. Okay. Ich habe nichts gesagt. Leute, ihr habt nichts gehört. Nein, nein. Hm, hm. Hm, nö. Und das beim Essen versuchen? Mann. Ach du, meine Güte. Oh. Wie gemein ist das denn? Warte mal. War hier hinten noch irgendwas? Komm mal zurück. Ja. Nee. Da war. Gitter. Okay. Nein, nein. Nicht da rein. Nicht da rein. Nicht da rein. Hier ist ein Ausruhpunkt. So. Und, help. So. Wollen Sie mich das hinkriegen? Nee, ich... Nee, kriege ich... Doch. Ich habe es geschafft. So. Kriege ich gestimmt sein. So. Okay. Schafft. So. So. Okay. So. So. Okay. Äh. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt... Die... Die... Ach du, meine Güte. Wie soll ich das denn hinkriegen? Äh. Hä? Schon noch, du bist... So. Okay. Da bin ich schon noch. Ah, 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 ah. Ja, okay. Habe ich leider zu spät gesehen. So. Okay. Komm, schön, langsam. Langsam. Nein, nicht, 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 nicht. Bitte nicht. Danke. So. Kriege ich dich auch noch? Sehr schön. So. Okay. Ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass... Der darf... Nein. Ich wollte... Nee. Da war nichts weiter, ne? Links und rechts. Nee. Okay. Oh Gott. Wieso ist hier vorne einer? Willst du mich irritieren oder so? Ach doch, meine Güte. Da liegt nicht auch. Nee, das ist eine Mutter. Ja. Soll ich nicht holt. Ach, geschafft. Das habe ich schon mal geschafft. Sehr schön. So. Okay. So, super. Okay. Okay. So. Okay. Ach, du meine Güte. Oh nein. Da soll ich rüberhüpfen? Ach, du meine Güte. Ich habe ja nur Munition hier. Was ist das denn? Verwüster? Guck mal, den. Will ich die? Ich will. Ich will ja die Viecher da haben. Geht. So. Okay. Langsam. Ja, ja. Nee. Ich habe alles im Anwisch gehabt. Ja. Ich muss nur ganz vorsichtig sein. Ja. Morsi. Nein. Das muss ich nicht. Das machst du. Das machst du. Das mache ich nicht. Nein. Ich streike. Ich streike. Das ist doch gemein. Das ist nicht euer Ernst, oder? Und den Planeten nicht soll ich machen? Oh Gott. Also, das wären bestimmt 30 Parts für diesen Planeten. Oh, so. Hm. Okay. Hm. Ja. Da ist noch eine Schraube. Nee, Mutter ist das. Nein, 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 nein. Oh Gott. 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 So. Ich brauche einen Ventilator. Ich brauche... Oh shit. Nein. Ja. Ich glaube, ich habe es geschafft. Wunderbar. Ich, äh, 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 ist der Kontrolle noch ganz? Äh. Ja, Moment. Ich bin, ich bin da nicht... Ja, ich bin vorsichtig. Was glaubst du denn? Nein, nein. Nein. Komm, komm. Lass uns nicht inspringen. Häng dran. Ja, lauf weiter. Linke nach links. Nach links. Nein. Warte, warte, warte. Oh shit, dann muss ich den Weg dann nochmal machen, ne? Ja, lügen. Oh shit. Ich muss nicht. Oh, muss ich alles? Oh Gott. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Komm ich da nie so hoch. Oh, ist das fies. Oh nein. Oh Gott. So, jetzt brauche ich hier keine Knöpfel mehr. Eint. Ich sollte schon die Wand treffen. So. 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 Oh. Was siehst du? Doch, ich habe die Kugel gebraucht. So. Okay. Was habe ich denn ausgewählt? Nicht das Richtige auf jeden Fall. So. Oh. Kriege ich dich mit? Ja. Sehr schön. Habe ich bekommen. Ich zeige dir, das können nur 30 Parts werden. Nein. Du sollst da hoch. Nein. Nein. Ich will auch nicht schon wieder. Ich will doch hoch. Ach du mein Gott. Oh nein. Das ist so gemein. Ach du mein Gott. Verdammt. Entschuldigung. Entschuldigt, wenn ich jetzt ein bisschen leise bin. Aber ich versuche mich gerade zu konzentrieren, damit ich nicht runterfalle. Und die Kabel. Und die Kabel. Pssst. Mit lachen. Das ist fies. Tief. Mausi. Das ist bitte her ernst. Ich springe jetzt nicht. Du hast mir verboten zu springen. Richtig springen, meine ich. So. Ich bin drin. Ah ja. Leute, ich habe es geschafft. So. Okay. Nach 30 Tagen, ich weiß. Oh Mist. Gibt es ein Problem, Sir? Ihr habt nicht zufällig Ersatzteile dabei, oder? Bedienen Sie sich. Dieser blöde Fels ist einfach zu hart. Mein Bohrer bricht immer ab. Der Fels ist Raritanium. Darf ich den Bohrer mal sehen? Also, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Danke, Partner. Kein Problem. Den Stein kann ich auch entsorgen, wenn Sie nichts dagegen haben. Klar. Nimm ihn mit. Raritanium erworben. Okay. Super. Aber hier war noch was. Hab ich richtig gesehen. Mhm. So. Ist hier hinten noch was? Verstecken wir mal so gerne etwas. Äh, nee. Nur diese Maus hier. Diese komische da. Die man rauslocken kann. So. Wüstenmaus heißt, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Landmaus. Landmaus? Landmaus. Sand. Ach, Sandmaus. Ja. Das ist sowas jähriges wie Wüstenmaus, ne? Ja. Okay. Hast du den gekriegt? Äh, Raritanium habe ich bekommen. Ja. 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 So, und jetzt kann ich, glaube ich, runterschweben, ne? Ja. Okay. So, okay. Jetzt bin ich hier um. Kann ich da auch drauf landen? Nee, nee. Ich bin runtergerutscht. Ah! Ich dachte, es funktionieren. Ich dachte auch, es funktionieren. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ja, ich weiß. Kann ich doch nicht. Hier ist doch doch ein Einkaufen. Ja, ja, ja. So. Okay. Ah! Ja, das war ja... Wie war denn das jetzt vor Schrecknummer? Ja. Geht da nicht weiter? Wie viele? Mach ich doch. So. Okay. So. Voll. Ja, ich will ja auch rüber. Mach ich doch gar nicht. Ich geh rüber. Ach so. Nein, ich will noch gar nicht. Ich will nur Munition. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Jetzt haben wir alles. Ich wollte das nicht. Ich will das nicht. Ich bin jetzt... Ja. So. 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 Hier kommen auch noch eine ganze Menge raus, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwie war es das. Oh, ich habe einen Zielpunkt erhalten. Cool. Oh, cool. Ja, ich muss dann nachher dann noch hoch, aber ich will erstmal hier... Ja, nee, nicht bevor ich Eis eingesammelt habe. Bevor ich Eis eingesammelt habe, gehe ich da nicht hoch. So, da... Ja. Da gehe ich auch nicht weiter. Ich bin nämlich erst nach oben. So. Das war ja so schwierig, glaube ich. Ja, das geht. Wenn man... ... einen guten Abstand erwischen tut, dann... Äh... Warte mal. Hm. Oh, verdammt. Knapp daneben so vorbei. Äh... Verdammt. Mann, oh! Warte mal. Warte mal. Warte mal, wenn du jetzt... Wenn ich auf der anderen Seite rauskomme... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Da. An dem Ding. Ja, dann springe ich in der Wand oder so. Genau. Ah. Ah. Hei. 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 Ich habe es geschafft. Sehr schön. Ja, Goldbolt. Oh. Nein. Nee. So. Kommen wir wieder runter. Aber ich geh mal noch schnell vorher Muni einkaufen. Wovor ich weitergehe. Nee. Der hatte ich doch versucht schon kaputt zu machen. Wir gehen nur um. Die Blumen würden kaputt. So. Okay. Sehr schön. Stimmt. Hier vorne. Da fehlt eine Blumen. Ah. Ah. Okay. 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 Ich habe nichts gesagt. Oh. Ach. Hier sind auch noch welche. Hm. So. Ähm. Okay. So. Oh Mann. Wo verstecken die die immer überall? So. Gibt es hier noch mehr? Nee, ich glaube nicht. So. So. Äh. Ja. So. Erledigt. Das war gut. Jawohl. 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 Äh. Ja. Ich will erstmal nach oben. Ja. Ich will erstmal nach oben. angucken. So. So. Hüpp. 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 Guck. Guck. Dann muss ich runter. Hüpp. 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 Kapiat. Stimmt, da muss ich ja Station für Station nach oben. Mhm. Ja, ich muss ja überall vorher noch gucken, dass ich irgendwas hier übersehe. So, okay. Ähm. Ja, die müssen ja. So, äh, aus... Nee, ausrüsten ist ja... Kann ich gar nicht nach vorne. Oh Mann, ey. Was denn? Die Schnellzeit muss man anpassen. Weil jetzt sind wir öfters brauchen, das. Ja, und wie kann ich das? Oh Gott. Spielst du das erste Mal? Mausi. Nein. Mir wird schlecht. Ach, da war es ja. Oh Mann. Okay. Ja, ich sag ja. Äh... Ich hab das zum ersten Mal spielst. So, der Hydro-Beamer... Wo ist der Scheiß nicht überhaupt, äh... Da unten, der Wassertruppen. Den brauch ich. Genau, so, okay. Äh... Ja, und was soll jetzt, ähm... Erstmal weg? Oder was ist das hier? Das steht gar nicht da. Äh, nimm mal um... Ganz um die Bombe. Da gibt's doch noch die einzelnen R1-Taste. Äh, nicht Verteil 1. Das stand aber da. Ja, damit musste ich bewegen, damit ich das Teil baffend austauschen kann in der Position. Du hast es mehrere Seiten lassen mit der Auswahl. Nicht Verteil 1. Das ist ja doof. Verteil 1 war nicht dann doch drückständig. Vielleicht geht uns Verteil 2. So. Aber, ähm... Ähm... Ja, lass mich jetzt mal kurz gucken. Und mal kurz aufs Trockene gehen. So. Okay. Ja. Ich bleib da stehen. Das sieht gut aus. Jo, das war erstmal der erste Teil vom Planet Hova. Hoven. Okay. Mit N. Nicht er. Hihi. Okay. Äh... Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vor allen Dingen meine Schleichpassage. Äh... Okay. Ich sag erstmal Tschüss. Sagt eure Solli. Bye. Bye.